Und damit willkommen zu DART. Warte mal. Also. Lass. Wir spielen eine Runde und wer gewonnen hat, ist er gewonnen. So. Also. Wir spielen zu zweit. Das heisst. Gut. Und wir starten. Wer DART nicht versteht. Man hat 300 und 1 Punkte. Punkt. Punkt. Und du musst so abschiessen. Bis dann auf Null ist. Und ich bin Player One. Und wegen dem. Oh. 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 Habe ich jetzt krass gespielt. Und dann. Ist. Der Cedric da. Und der Cedric hat seine DART. Was. Dort. Ob es ein Anker Video wird. Werdet ihr sehen. Mhm. Sehr ruhig. Viel Spass. Da. Gut. Ähm. Okay. Kannst auch ein bisschen sanfter schiessen. Ich konnte es bis jetzt noch nie gut schiessen. Habe ich jetzt noch mehrmals gespielt bei meiner Grossmutter. Also der hier. Naja. 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 Ähm. Aber der ist schon sehr gut getroffen. Jetzt musst du einmal auf Start drücken. Jetzt rausziehen. Und jetzt nochmal auf Start. Okay. Okay. So. Ich muss rissen. Aha. So. Okay. So. So. Okay. So frei ist oder da. Oh. 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 Ich war aber da. Nein. Das kannst du. Weisst. Also, dass ich das nicht kann, glaube ich eher nicht. So, wieder geht's. Ah, hier? Ja, von hier. Diggabat! Mutschi. Mutschi. So klein hast du. Jo. Jo, nein, ja. Also. Du musst nicht fangen, du! Das Ziel ist, dass wir hier in die Mitte und nicht töten. Nein, 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 nein. Das gibt 25 Punkte, das gibt 50 Punkte, das gibt 60 Punkte. Das ist nicht schön. Und wenn du das dreimal triffst, dann denkst du, du weisst, wie stark. Du kannst schon Mathematik treffen, oder? Ja, 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 ja. Gutes T-Shirt, Toni. Ach, die Faust, das sehe ich. Abonnieren. Ja, 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 ja. Oh borderline. Ohhhhhhh. SexPlayer. SeixPlayer. Das ist der hier, der dort. Player 1, du weisst Bescheid. Ja, was habe ich? 139 Punkte. Wenn der Cedric hat. 149 Punkte. Du musst es erst einmal anbringen. 1 zu 7. Das ist doch eine gute Perspektive. Komm bitte. Das ist sehr gut. Das ist wirklich. Hallo. Jetzt musst du Musik ziehen. Und jetzt Start. Hallo. Scheisse. Du hast noch 108 Punkte, das hole ich noch ein. Ich glaube nicht. Da. Nein. Da, da. Player 2, du bist du 2 Jahre alt. So. Ich habe mal ein paar Sekunden. Also, komm mal. Oh. 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 He. Sorry. Ja, draußen ist die Punkte. Wow. 149 Punkte. Das ist gut. Player. Player. ja so ein an ganz genau Sadek meinst du ah du hast einen screenshot gemacht geil das muss man zuerst machen Sadek schaffen ja ein bisschen sanfter hallo ob ich dich ab das Spiel bis jetzt noch nie check aber jetzt check hallo ich mach die Gange ok ok oh du hast eigentlich gesagt nicht so fest kritisch exakt wie hast du es gesehen dass du gegen jeden Kollegen verloren hast du ähm das ist eine lange Geschichte oh ja ist ein bisschen kritisch du bist ein bisschen am Arsch du bist ein bisschen am Arsch und ich hätte ein gutes Spiel meinst du gewünscht ich bin zuverlässig ich gewinn nicht also du ok 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 oh wie gehts 52 52 53 nein nein also komm das kommt nein oh mein Gott ich muss nur noch oh mein Gott das sind 60 Punkte die ich jetzt genommen habe ich brauche nur noch 20 ja und jetzt du zahlst nicht du musst genau 20 machen komm machen jetzt ok oh 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 Schlussendlich gibt es noch unerwartete Wendung. Nein. Doch. Oh. Man müsste an die Gedanken. Geht es noch? 3-1. Jedes Mal hat das gesagt, Junge. Danke, Sarek, dass du nie gespielt hast. Ich muss aber leider sagen, dass ich gewonnen habe. Wie sollst du gewonnen hast? Ja gar nicht. Ja, er hat es aber trotzdem erzählt. Das war's!